Hallo, willkommen zu I am Brad. Na, ich bin Brot. Das Spiel rund um die Toastscheibe, Baguettes, Bagels und was es sonst noch so alles gibt. Ja, ich habe es ein bisschen angespielt und ich muss sagen, es ist echt hart. Und zwar den Story-Modus, den werde ich erstmal außen vor lassen, bevor ich überhaupt kapiert habe, um was es geht, wie ich in diesen Scheiß-Toast da reinkomme. Den Rest kenne ich noch gar nicht, außer dem freien Modus, da habe ich schon so ein bisschen was kaputt gemacht mit meiner Toastscheibe und bin natürlich auch total dreckig geworden, aber egal, das gehört dazu. Und ja, ich denke mal, ich fange an mit der Baguette-Randale. Klingt nett. Ich lasse mich überraschen. Ach, und schon wieder in der Küche. Na, egal. Da bringt mich eigentlich schon diese Toastscheibe immer an den Rand des Wahnsinns. Mal schauen. Es gibt dummerweise auch hier überhaupt nicht ein bisschen so ein Tutorial. So, ich soll hier jetzt alles kaputt hauen. Ich zeig's dir. Ich mach ihn kaputt. Und die Steuerung. Sehr gewöhnungsbedürftig hier. Ich glaube, ich bin nicht für die Randale geboren. Doch. Ich mach euch alle kaputt hier. Unglaublich. Glauben Sie mir, ich bin ein unschuldiges Baguette. Ich habe niemandem was getan. Ich will diesen Tor wieder umhauen. Ich weiß, ich habe nur zwei Minuten. Was passiert denn, wenn ich hier auf dem Fußboden komme? Da werde ich schon gar nicht mehr zu. Ja, äh, ich habe eine Million Punkte erreicht. Vielleicht was? Zehn Millionen? Komm, das versuchen wir nochmal. Muss ja machbar sein. Ich habe jetzt auch gar nicht drauf geachtet, ob ich da so eine Genießbarkeitsanzeige habe. Was habe ich jetzt getan? Hallo? Das ist natürlich jetzt irgendwie. Ach so. Sehr empfindlich, krieg ich die Steuerung. Aufwand. Aufwand. Ah, der Kopf fällt schon runter. Wenn das so weiter geht, dann wird das Ergebnis hier noch schlechter als das vorherige. Ich denke, ich habe schon wieder eine mehr umgebracht. Ja, auch als Baguette bin ich hier nicht wirklich in der Lage Großes zu bewegen aber da fliegen doch die ganzen Teller hier, seht ihr das? Oh, es kommt ein letzter Versuch noch Wahrscheinlich wird es am Ende wieder richtig schön ruckeln Ich schmeckere alles Ah, warum? Das ziehe ich mal da runter Oh, nein! Oh, falsche Richtung, falsche Richtung So ein Dreck Wie jetzt? Wenn ich jetzt versuche, an das Bügelrasen ranzukommen Super, nicht mal das habe ich geschafft Gut, dann eben nicht Bäh, mich beleidigt Ja, nächste Folge würde ich sagen mache ich einfach mal ein Bagelrennen Mal schauen, was mir das dann da so bringt und was mich dort erwartet Schaut in der nächsten Folge wieder rein wie gesagt, das Bagelrennen wahrscheinlich auch wieder durch die Küche aber egal Wir gehen in die Küche und irgendwann wird auch mal der Story-Modus kommen Ich bin inzwischen zwar bis zum Toaster vorgedrungen aber ich komme nicht rein Falls mir jemand helfen kann bitte schreibt es in die Kommentare Ansonsten viel Spaß Bis demnächst Ciao